Seien Sie herzlich willkommen liebe Fußballfans, mein Name ist Manni Bröckmann, neben mir begrüße ich Frank Buschmann. Dankeschön Manni, ich grüße Sie auch alle recht herzlich und freue mich auf dieses Fußballspiel und hoffentlich auf Spitzenfußball. Wenn wir das mal analysieren bei diesen beiden Mannschaften, die eine ist der ganz klare Favorit. Und genau das könnte das Problem werden, wenn die Kleinen sich mal festbeißen, kann das wehtun. Manchmal gibt es auch Intelligenztests, zum Beispiel bei einer solchen Grätsche im Strafraum. Ah, das sah grausam aus von hier oben, oder? Ja, also das ist ein übles Foul, den hat er da im Zweikampf voll erwischt. Hoffentlich ist es keine wirklich schlimme Verletzung. Es wird gewechselt. Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr, nur Abstoß. Ferdinand. Wayne Rooney. Ganz sicher hat er das gemacht. Das erinnert ein bisschen an Horst Dieter Höttges. Nach der Grätsche hat er den Ball. Da liegt ein Akteur am Boden, es scheint ihn am Knie erwischt zu haben. Der kann nicht mehr weitermachen, das sah man schon. Und deswegen muss er jetzt ausgewechselt werden. Und den holt er sich locker. Ja, da profitiert er vom guten Stellungsspiel. Andersson. Ganz, ganz weit. Und was für ein Tor! Der Junge ist einfach auf Distanzschüsse abonniert. So, einfach mal abgezogen und dann zappelt das Ding. Wunderbar. Das war der Führungstreffer von Manchester United. Das war der Führungstreffer von Manchester United. Und das war der Führungstreffer von Manchester United. Nani. Er hat eine einzige große Liebe und das ist der Ball. Ja, tolle Chance. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Da grellt sich rein, der Win Rooney. Zwei Kampfseker. Das Bällchen ist noch heiß. Da grellt sich rein, der Win Rooney. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Andersson. Und da ist er gut dazwischengegangen und hat den Angriff unterbunden. Schuss und großes Fußballkino. Ein fantastischer Torwart. Wohl dem, der so einen da hinten drin hat. Mein lieber Mann. Und er ist drin. Wie an der Schnur gezogener Schuss. Also da wird er einfach für seinen Mut und vielleicht auch ein bisschen für seine Frechheit belohnt aus dieser Distanz. Was für ein Trommel. Jetzt Manchester United den Ball besitzt. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß gegen Manchester nach diesem Foulspiel. Und jetzt Manjou mit einem Mann weniger. Ja und völlig zu Recht lässt der Schiri-Mann hier keine Diskussion zu, denn das war eine klare rote Karte. Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Damit hast du selten Erfolg. Ein Schuss wie ein Strich. Da war richtig Zug drin. Also hier nochmal deutlich zu erkennen, damit konnte ja überhaupt niemand rechnen, dass er da abzieht. Was für eine Distanz. Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Schiedsrichter entscheidet konsequent auf Freistoß für Ajax Amsterdam. Und die haben viele, viele Experten und das heißt, es ist eine große Torgelegenheit. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Das zweite Tor auf den Fuß und dann versemmelt. Ja, aber du siehst, Manni, den einen hat er schon gemacht und auch hier wieder der Wille ist da. Da kommt noch was. Und damit ist die erste Hälfte absolviert. Der Schiedsrichter guckt nochmal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Die Fans, sie sind begeistert über dieses Kombinant. Den holt sich der Keeper. Oh, 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 Buschi. Die Fans, sie werden langsam etwas ungeduldig. Ja, und das ist jetzt ein ganz spannender Aspekt, denn das kriegen die Jungs da unten auf dem Platz natürlich mit. Die Zuschauer, sie murren. Die wollen besseren Fußball sehen. Da muss ich... Das ist das Tor! Auch Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Also das ist eine Riesenaktion. Habe ich selten gesehen. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Wayne Rooney. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Tolle Flanke. Achtung, Kopfball. Und Tor! Dreimal hintereinander am Stück. Der klassische Hattrick. Super! Aber guck noch mal genau hin. Der braucht wirklich nur die Mini-Chance und dann rappelt's. Tja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketball. Vollspiel. Muss Freistoß gegen Manchester geben. Jetzt ist die Grenze erreicht. Jetzt hieß er die gelbe Karte, Buschi. Ja, und ab jetzt einfach mal einen Gang runterschalten, sonst fliegt er hier. Ein wunderschönes Zuspiel. Wunderbarer Steilpass, aber leider kommt er nicht an. Und Achtung, Torhüter. Achtung! Ja, irgendwann muss es doch mal WUMM machen. Als Trainer da draußen wirst du verrückt, wenn du siehst, was deine Jungs mit den Chancen machen. Ton, der das macht. Und? Über die Latte. Über die Latte. Aber ich glaube, da wäre der Torwart gar nicht mehr rangekommen. Also, da kann man sehr, sehr schön sehen. Wunderbare Ballführung, wie er sich da durchsetzt. Alles stehen lässt. Aber der Abschuss, der passt in dieser Situation. Und er faustet den Ball weg. Jetzt Manchester United den Ball besitzt. Und er versucht es alleine. Achtung, er macht Tore in Serie. Da kommt er. Und er trifft. Wie nennt man eine solche Führung für Manchester United? Komfortabel, Busch. Sie liegen deutlich und klar vorn. Wayne Rooney hat sich den Ball geholt. Das sieht gut aus. Ja, will er auch. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Einwurf jetzt. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Hoffentlich ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. So zerstört man das Angriffspiel des Gegners. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Das wäre das zweite gewesen. Ja, kann ja noch kommen, kann ja noch kommen, aber das war eine gute Chance. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Nani. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Foul gepfiffen und Hand. Kampf heißt manchmal faul. Hier die Foulstatistik. Stark gemacht. Mit all seiner Erfahrung Rio Ferdinand den Ball gut abgefahren. Gut blockiert vom Verteidiger. Und das macht er richtig gut. Das gibt Freistoß. Und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Was gibt das? Gelb, Buschi. Ja, Manju beschwert sich auch gar nicht. Das ist ein klarer Fall. Und Freistoß. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine Krisensitzung. Das Endresultat 6 zu 0. Was für ein einseitiges Spiel. Was für ein einseitiges Ergebnis. Wie peinlich für die Verlierermannschaft. Also das ist mit das Dominanteste, was ich in dieser Spielzeit gesehen habe. Und mit diesen Bildern darf ich mich von Ihnen verabschieden. Tschüss und auf Wiedersehen. Ihr Manni Bräugmann. Auch für ein ist ein yhtesparschen. Vielen Dank.